Das Thema Augmented Virtual Reality ist schon lange ein wichtiges Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Durch den Kontakt und die Zusammenarbeit mit ION Realities haben wir effektiv den Boost erhalten, dass wir das wirklich vorantreiben und so die Grundlage geschaffen, dass wir wirklich diesem Thema viel mehr Gewicht geben. Auf der einen Seite durch spezifische Infrastruktur, aber natürlich auch mit der Anstellung von zusätzlichen Mitarbeitern in diesem Bereich. VAR und AR sind für mich wichtige Themen, weil ich denke, das ist eine Zukunftstechnologie. In Zukunft werden Firmen und das Alltagsleben mehr mit der Technologie in Berührung kommen, weil diese Technologie neben dem Handy existieren kann. Das heisst, man kann zusätzlich zum Handy oder zum Bildschirm Sachen in einen immersiven Raum einsetzen. Und wir wissen alle, etwas, das man erlebt hat, bleibt eher als etwas, das man gelesen oder gesehen hat. Augmented Virtual Reality ist eine Technologie der Zukunft. Und zwar nicht nur für die grossen Unternehmungen oder für Schulen. Ich glaube, es ist wichtig, dass sich auch kleine und mittlere Unternehmungen mit diesem Thema auseinandersetzen, schauen, welche Möglichkeiten sie damit haben und welche zusätzlichen oder neuen Geschäftsfelder sie sich damit erschliessen können. Für uns als Hochschule ist es ja wichtig, sehr engen Kontakt mit der Industrie zu haben. Und durch das Center wollen wir die ganzen Kontaktmöglichkeiten noch niederschwelliger gestalten, weil sonst muss man sich vielleicht als Firma, als KMU direkt an eine Forschungsgruppe wenden. Und dann denkt man wahrscheinlich, man braucht direkt ein Forschungsvorhaben, eine Forschungsfrage. Und das Center ist dann auch mehr im Dienstleistungsbereich, im Beratungsbereich angesiedelt, wo man Sachen einmal ausprobieren kann, auf sehr einfache Art und Weise, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich freue mich insbesondere ganz fest, dass ein wirklich tolles Team dahinter steckt. Es sind aktive Menschen dahinter. Es hat extrem viel Erfahrung bereits aus der Vergangenheit, das einfliesst aus erfolgreichen Projekten. Und wir schauen da eigentlich in eine erfolgreiche Kollaboration, dass wir unsere Mitglieder motivieren, einbringen können, in unseren Spaces vielleicht Ideen entstehen und dann eigentlich zusammen mit dem Immersive Reality Center angegangen werden können. Dieser Austausch, dieser niederschwellige Kontakt mit diesen neuen Technologien zu bieten, finde ich durchaus faszinierend.